Der Musikclub Unterholz in Michelstadt im Odenwald hat sich monatelang versucht, mit Untervermietung über Wasser zu halten. Aber die Betreiber haben nun aufgegeben, das Unterholz bleibt dauerhaft geschlossen. Corona-Folgen. HR-Reporterin Stefanie Oemisch im Odenwald, ein Einzelfall. Leider nicht. Ich habe mit dem Hotel- und Gastronomieverband im Odenwald gesprochen. Und dort hat man mir gesagt, dass schon einige Hotels Pensionen und Gaststätten aufgegeben haben. Viele hoffen jetzt noch irgendwie durch die Krise zu kommen, haben zum Teil auch noch keine Überbrückungshilfen erhalten oder warten auf Kredite von der Bank. Wer alles aufgeben muss, wird sich vermutlich erst in einem halben Jahr entscheiden. Aber es werden viele sein, fürchtet der Verband.